Yo, oh mein Gott, okay. Okay, Leute, willkommen zur dritten Folge am Lagerfeuer. Yeah, 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 yeah. Heute am Lagerfeuer ist bei mir the real one, the only and the real one. Bovinci! Ja, guten Tag. Endlich. Hallo. Endlich, Leute. Wie lange haben wir es jetzt aufgeschoben? Leute, wir sind beide so übelste Busy-Dudes mit vielen Terminen und vielen Busy-Dingen und sind übelst Busy. Und deswegen haben wir es nicht geschafft, uns einfach zum Unterhalten zu treffen. Aber ich schwöre, das war auch vor dem Podcast schon so. Es ist so schwierig gewesen, immer einfach nur zu reden. Ja, glücklich. Ich war im Urlaub auch. Aber Leute. Ja, ey. Ich hoffe, der war nice. War super. Jetzt haben wir es ja geschafft und ich bin sehr froh, dass das zustande kommt. Ich freue mich wirklich sehr. Ja, ich hoffe. Wie geht es dir erstmal? Mir geht es sehr gut. Ich komme gerade vom Sport. Bin noch ein bisschen am Ölen irgendwie. So nachschwitzen. Ja, wir haben kurz gesprochen. Wir kommen beide gerade vom Sport. Aber Leute, guck mal. Ich habe gesagt, ich bin ehrlich. Ich habe in der ersten Folge gesagt, ich bin gerade so voll stolz auf mich. Ich gehe dreimal die Woche zum Sport. Leute, ich habe es nicht geschafft mehr. Also ich habe das ein paar Wochen durchgezogen. Aber diese Woche war ich bisher nur einmal. Es ist mir voll leid. Ich habe gesagt, ey, auch wenn ich ein L take, ich sage es euch, ich habe es nur einmal geschafft. Ja, so ist das. Aber zurzeit ist es wirklich so voll. Also what the fuck, ich komme auch gar nicht zum Streamen. Und es ist einfach ... Wann waren wir jetzt im Stream? Boah, Digga, das waren halt safe schon anderthalb Monate. Das ist halt echt cringe. Ja. Ja, kommst du wieder rein? Ich komme wieder rein, ja. Irgendwann ist die Phase auch vorbei. Okay, Mann. Ja, Mann. Aber stell dich doch gerne mal den Zuhörern vor. Wer bist du überhaupt? Was machst du überhaupt? Und was geht ab? Ja, also ich bin Bovinci. Ich mache Beats. Seit 2020, 21 so hat das angefangen. In der Corona-Zeit, ne? Ich komme aus Salzgitter. Das ist in der Nähe von Braunschweig. Und ja, mehr kann ich nicht sagen. Ey, das ist doch schon mal sehr nice. Und ich finde es krass, weil ich wusste es selber noch nicht, seit wann du Beats machst. Und ich finde, seit 2021 ist halt nicht mal lange her. Weil ich muss dazu sagen, ich werde es wahrscheinlich heute noch sehr oft sagen, aber ey, deine Beats sind halt ultra fett. Und, Digga, big respect, dass du das in drei Jahren oder so geschafft hast. Wie bist du damals eingestiegen? Oder wie hast du für dich festgestellt, dass du da Bock drauf hast? Oder wie kam dein Kontakt zur Musik? Ja, das Ding ist, also Beats mache ich seit 2021. Aber ich habe davor schon viel mit Musik so zu tun gehabt. Ich habe halt immer irgendwie so Leute aufgenommen oder so. Und ganz am Anfang, ganz früher, habe ich auch gerappt. So wie gefühlt jeder zweite Beat-Producer. Ja, also damit, da ich seit, keine Ahnung, ich glaube seit 2015 oder so, haben wir das so mit Kumpels aus Spaß einfach gemacht. Oh, das ist okay. Ja. Dann gemerkt, ist nicht so geil. Und dann einfach Beats gestartet. Ich fand das immer, weil ich habe auch immer, oder wir, oder die anderen, die ich halt recordet habe, haben immer auf so YouTube-Beats gerappt, ne? Ja, normal. Und alle, die das so gehört haben, haben immer gesagt, Junge, mach doch mal eure eigenen Beats. Und so kam das halt. Ah, okay. Dann habe ich mir irgendwann so Tutorials angeguckt. Wie ist das? Check, Mann. Aber einfach schon seit neun Jahren, das ist schon nicht schlecht. Ja, früher so mit Turtle Beach Headset recorded. Und auch so wie jetzt Outer City. Ich glaube, so fängt jeder an. Weißer? Ja, safe auf jeden Fall. Ich habe auch 2000, das habe ich noch nie erzählt, aber ich habe 2014 so zum ersten Mal was geschrieben und aufgenommen. Und ich war, Alter, Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen, das war eine andere Zeit, okay? Ich hatte gar keine Ahnung, wie das funktioniert, right? Ich hatte gerade meinen ersten Laptop bekommen, was schon mal insane war. Und ich hatte das T-Bone SC440, was jeder Schwanz damals hatte. Und ich dachte mir, okay, ich habe jetzt das Mikrofon, aber Moment mal, wie nehme ich damit jetzt auf? Und dann, ich hatte halt null Plan davon. Und dann dachte ich so, okay, ein XLR-Kabel, das brauche ich. Jawohl. Und dann hatte ich das und dann ging das natürlich trotzdem nicht. Weil ein Laptop hat kein XLR-Anschluss. Und dann habe ich gedacht, okay, ich brauche einen Adapter von XLR auf Cinch. Aber das geht natürlich trotzdem nicht, weil man braucht für Großmembran-Mikrofone Phantomspeisung und ja, ein Interface, blablabla. Ja, Digga, so waren meine Anfänge, also komplett Steinzeit. Ja, aber guck mal, ich glaube, das ist bei, ich sag mal, 80, 90 Prozent der Leute, die anfangen, ist halt so. Vielleicht die, die jetzt anfangen, wissen schon ein bisschen mehr, ne? Ja, aber wenn man so früher angefangen hat, so zu der Zeit, da war das einfach so. Irgendwie. Aber es gibt jetzt insane viele Möglichkeiten. Guck mal, ich habe einen TikTok gesehen, Shoutout an Janin, er hat mit einem PS5-Controller, der PS5-Controller hat ein Mikrofon, hat ja einen Track aufgenommen. Und der klang gut, der klang gut. Das ist krass. Also, du hast heutzutage so gute Möglichkeiten, zum Beispiel, ich hoffe, das ist jetzt kein Outcall, aber ich denke, das wissen viele. Slaty zum Beispiel hat viele Songs mit seinem iPhone aufgenommen und das hört man auch nicht. Also, man kann wirklich heutzutage sehr viel mit sehr wenig Mitteln erreichen. Ja, gerade mit AI und so. Ja, ey, oh my God. Ja, oh my God, oh, das will ich gar nicht wissen. Ja, lass uns das Thema auch nicht aufmachen. Ja, ey, okay, danke, danke. Okay, aber hattest du, bevor du Beats gemacht hast, dann schon ein Studio gebaut, mäßig? Ja, also, was heißt, ich habe ja jetzt auch kein richtiges Studio, so, ne? Ich habe halt einfach eine Wohnung mit drei Zimmern, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und ein drittes Zimmer halt und da ist halt, da habe ich halt alles, was ich brauche, so. Ich schwöre, das ist aktuell eins meiner größten Ziele, dass ich das auch habe. Ja, also, du brauchst, man braucht nicht viel. Ja, ja, safe. Ich meine aber ein Zimmer, was wirklich nur fürs Aufnehmen. Na gut, okay, check. Ja, ich hatte sowas ähnliches zu meiner YouTube-Zeit, so 2020-mäßig, aber ja, jetzt sind wir umgezogen und ach, was auch immer, Leute, Wohnungen sind zu teuer, Wohnungsmarkt ist gefickt. Auf jeden Fall, ich finde das cool. Also, ich würde das schon irgendwo als Studio bezeichnen, weil, I don't know, es ist so ein Raum, den du nur für Musik nutzt, du hast den ja auch schalldicht gemacht und du hast komplette Ausstattung, also ich würde es schon mal als Studio bezeichnen. Ja gut, aber guck mal, wie gesagt, seit 2015 oder so, das kauft man sich halt nicht alles auf einmal, ne? Natürlich, natürlich. Du kaufst dir halt, in einem Jahr kaufst du dir vielleicht mal irgendwas Neues, wo du dir denkst, das ist jetzt der Knackpunkt. Ja, trotzdem hast du das Zusammenspiel aus all den Dingen, die du ja über die Jahre angesammelt hast, ist ja trotzdem dein Studio. Ja, genau. Und du hast ja, ich weiß nicht, ob das, ich denke mal, ich kann das sagen, aber du hast es ja auch schon so vermietet-mäßig, beziehungsweise machst Aufnahmesessions. Ja, Leute, die aufnehmen wollen, können halt vorbeikommen, ja und ich bin dann halt da, mach die Aufnahmen und gucke, ob die mische wollen oder einfach nur die Recordings. Hast du dann auch Mixing so gleichzeitig mit Beatproducing gelernt oder schon vorher? Das habe ich vorher gelernt, so ein bisschen halt wegen den Aufnahmen, die ich da vorher mal gemacht habe für die Kumpels und so, aber halt ist nochmal was anderes als, also Stimme abmischen und Beats mischen, das ist nochmal was anderes, würde ich sagen. Ja, absolut, absolut, absolut. Das kam dann halt auch über die Zeit so. Ich zum Beispiel habe leider halt gar nicht irgendwie so diesen Urge, dass ich Beats produzieren will, aber irgendwie bei vielen Leuten, die Rap machen, die irgendwann machen, die auch eigene Beats, habe ich so das Gefühl, aber vielleicht kommt das bei mir noch, vielleicht kommt das noch. Ja, ich finde es cool bei Leuten, die das machen, aber ich kann auch verstehen, wenn Leute da keinen Bock drauf haben, weil, guck mal, du hast, du hast so schon, viele haben so schon Druck, wenn die rappen und haben, weiß ich nicht, machen auch nicht viel gerade so und dann haben die halt nur eine Sache, also haben nur für eine Sache Zeit so und wenn die dann noch Beats machen müssen und dann müssen die sich noch ein Konzept ausdenken und dies und das. Oh ja, und wenn die dann noch selber mixen, selber mastern, holy shit. Ja, genau. Und wenn die dann noch sogar nebenbei arbeiten, weißt du, Frau, Hund, Kind. Hey, das bin ich, bis auf das Beats producen. Ja, da bin ich ja. Ja, es ist halt echt so, also ich muss sagen, wenn ich es kann, gebe ich auch gerne Mixmaster ab. Erstens, weil ich nicht so krass bin und zweitens, Zeit ersparen ist einfach. Ja. Und ich finde es immer cool, wenn mehrere Leute an dem Projekt arbeiten, weil denen fallen halt oft Sachen auf, die dir selber nicht auffallen. Deswegen, klar, es ist immer, es ist sehr unique und es ist sehr eigen, wenn du alles selber machst. Das hat eine komplett eigene Note, aber wenn mehr Leute nochmal drüber hören, okay, das kann man natürlich auch machen lassen, wenn man alleine alles macht, aber meistens ist es schon cool, wenn jemand anderes den Mix macht, wenn du dem halt genau beschreiben kannst, wie du es willst und so. Du weißt ja, wie das so gefühlt bei uns war, wenn zu viele Leute das hören, so zu viele Köche verderben den Brei. Ja, viele Köche verderben den Brei, stimmt, stimmt. Du hast recht. Also wenn es so eine Handvoll Leute ist, die auch enger mit einem sind, ist das auf jeden Fall wichtig. Ja, safe. Das ist sehr wertvoll. Ich glaube, Musik ist sowieso eher so ein Teamplayer-Ding. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja wirklich schon so, von meiner Einstellung her, ich mache gerne viel alleine, ich bin gerne alleine, ich versuche immer, so viel es geht auch selber zu machen irgendwo, aber leider, was heißt leider? Ey, es ist wirklich so eine Knowledge, die ich von Musik mitgenommen habe. Wenn du mit Leuten connectest und wenn du Dinge zusammen machst, kommst du einfach viel weiter. Aber das ist auch auf jeden Fall so eine Baustelle von mir. Ja, gut, es gibt ja die Leute, die das von Herz machen, dieses Connection-Ding und viele, die das dann einfach so für Reichweite nutzen wollen und die Leute, mit denen wir das machen, einfach scheißegal sind. Ja, das ist natürlich die Scheiß, ne? Ich finde, man checkt das auch oft. Okay, ist hier gerade ein Feature entstanden, weil die beiden Leute das gefühlt haben und Bock hatten? Oder ist hier gerade ein Feature entstanden, weil das zwei gehypte Artists sind? Guck mal, wie cool das ist eigentlich, wenn du mit einem random Typen, so wie bei uns jetzt, einfach so ein Projekt machst und daraus halt irgendwie eine Freundschaft entsteht. So, Win-Win. Real Talk, Kuss an der Stelle. Ich würde dazu auch gerne mal erzählen, wie kam überhaupt die Connection zustande? Ich weiß nicht, ob du das erzählst, aber ich glaube, ich habe es ja irgendwo initiiert. Ich habe es auch nicht mehr so ganz im Kopf. Das hast du sehr schön ausgedrückt, by the way. Es ist auch schon voll lange her, es ist jetzt schon über ein Jahr her. Ich hatte gerade meinen ersten Song raus, In My Mind. Und ich habe halt wie immer Beats auf YouTube gesucht, normal, wie man das halt so macht, wenn man nicht selber produziert. Und ich habe ewig lang gesucht. Und dann bist du mir halt, also beziehungsweise dein Kanal ist mir irgendwie aufgefallen, ist mir sofort ins Auge gestochen, weil du nicht deine Beats Type Beat genannt hast. Für die Zuhörer, um das zu checken, viele Beats, die auf YouTube hochgeladen werden, ja, werden beschrieben mit Type Beat, zum Beispiel, keine Ahnung, Kendrick Lamar Type Beat, wenn du halt nach einem Kendrick Lamar-mäßigen Beat suchst und so weiter. Und bei ihm war es aber so, dass er die Beats wie Tracks benannt hat. Oder? Ja, da muss ich aber dazu sagen, das mit diesen Type Beats habe ich davor gemacht. Wahrscheinlich irgendwie drei Monate, bevor du mir geschrieben hast oder so. Und irgendwann war der Punkt, wo ich das ändern wollte. Weil, ich meine, es gibt ja viele sehr, also es gibt ja unzählige Type Beat Channels so. Und kann man auch viel, kann man übelst Geld machen und alles, ist auch alles cool. Hat alles seine Daseinsberechtigung so. Aber ich wollte halt irgendwie, wenn, das ist halt so ein Knackpunkt gewesen, weil keiner wird diese Beats finden. Wenn ich den Beat nenne, keine Ahnung, Blue Ocean, irgendwas, wird da keiner nach suchen. Und der Beat wird nie gefunden. Aber wenn ihn einer findet und checkt, okay, das ist ein Beat, das ist ein Producer und so. Ja, genau. Ich will den Leuten, die den Beat finden, nicht vorschreiben, was das für ein Beat ist. Weißt du, wie ich meine? Ja, genau, genau, genau. Wenn du zum Beispiel nach Drake-Type-Beat suchen, dann kannst du ja schon ungefähr erahnen, wie die auf den Beat kommen werden, so. Ja, check, 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 check. Ich wollte dann das selber halt irgendwie, weil es ist halt blöd, weil du kannst damit keine Reichweite generieren. Richtig, richtig, das ist das Blöde. Ich hatte die Leute, die mich kannten, kannten den Kanal dann, ne? Ja. Aber ja, so. Und das finde ich halt so eine geile Einstellung. Das finde ich halt so cool, weil das ist einfach, du hast es der Kunst wegen gemacht. Und jedenfalls habe ich dann diese Beat-Namen halt gesehen und ich habe einfach reingehört und ich dachte so, Alter, hä, das ist qualitativ extrem stark und das hat irgendwie nur so 60 Klicks und ich dachte so, what the fuck? So, klar, niemand hat es gefunden, weil wie findet man das auch? Ja, das würde mich jetzt auch interessieren. Wie hast du das gefunden? War das auf deiner YouTube-Startseite oder wie war das bei dir? Ich glaube tatsächlich, es lag trotzdem dann an einem Type-Beat, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, es lag dann halt trotzdem an einem Type-Beat, das ist halt die Scheiße, ne? Wie willst du sonst deine Beats, wie sollen uns Leute finden? Aber glücklicherweise habe ich es dadurch gefunden, bin ich dann auf deinen Kanal gekommen und habe dann gesehen, okay, die neuesten Uploads sind halt alles nur so Track-Namen. Das fand ich halt so cool. Ach ja, stimmt. Ich glaube, die alten Beats habe ich noch mit Type-Beats gelassen. Genau. Also die allerersten, vielleicht, ja, okay. Genau, und so habe ich dann deinen Kanal gefunden und fand es qualitativ halt extrem stark. Ich war gerade dabei, meine erste EP, die ich mittlerweile halt gar nicht mehr stark finde, so zu finishen und schon, keine Ahnung, Inspirationen für Neues zu suchen. Und ich fand es halt so stark irgendwie, ich habe dich dann auf Instagram kontaktiert, weil mir mehrere Beats, die ich gehört habe, so voll gefallen haben. Und ich glaube, ich wollte einfach nur fragen, was die kosten tatsächlich, weil ich einen benutzen wollte. Und so kam irgendwie der Kontakt dann. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr richtig. Ich habe dir dann erzählt, ja, hier, dies, das, ich mache meine RSTP und so. Und ich habe dir die dann sogar geschickt, bevor die draußen waren und fandest die, glaube ich, sogar ganz gut. Sonst hättest du ja wahrscheinlich auch nicht mit mir zusammengearbeitet. Ja. Und I don't know, wie wir dann drauf kamen, eine EP zu machen. Ich glaube, das entstand dann auch so im Flow. Ey, das haben wir auch noch gar nicht erwähnt. Für Leute, die jetzt random hier in den Podcast reinhören, Dovinci ist übrigens der Dude, mit dem die letzte EP, die Glitch-EP, entstanden ist. Er hat die komplett produziert. Also alles exklusiv, nur für diese EP von ihm. Ja. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie das entstanden ist. Ich glaube, du hast mir, warte mal, du hast mir dann irgendwann deine Nummer gegeben. Hast mir dann die EP geschickt. Ich habe mal so reingehört, weil ich erkannte halt, glaube ich, gar nichts von dir. Nur der eine Tracker draußen war. Es war ja auch nur ein Song draußen. Und ich fand das irgendwie geil. Und ich hatte Bock, weil ich zu der Zeit, glaube ich, noch nie so mit einem Künstler direkt zusammengearbeitet habe, weißt du? Ah, krass. Okay, wow. Viele haben einfach dann von YouTube so Sachen genommen. Aber ich wollte halt so dieses, den Ball hin und her spielen. Ja. So wie wir das gemacht haben. Ich auch. So, du sagst mir irgendwie, worauf du Bock hast. Ich mache das. Schick dir das zurück. Du sagst, mach mal das und das. Dann kommt was Neues von dir. Du schreibst eine Skizze drauf. Ich sage, boah, okay, cool. Das war halt so cool. Ja. Und darauf hatte ich halt Bock. Ich wollte irgendwie auch so ein Konzept-Ding machen. Ja. So, dass das alles irgendwie so ein Soundbild hat. Voll. Das haben wir auch auf jeden Fall erreicht, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Es hat halt damit irgendwie angefangen, du hast mir schon mal Skizzen geschickt, was du so gemacht hast in letzter Zeit, was auch noch nicht auf YouTube ist und so. Und ich habe dir halt gesagt, was ich cool finde oder was ich mir vorstellen kann. Ich habe ja auch immer so diesen Wunsch gehabt. Ich wollte halt super viele Videospiel-Samples auf Beats haben, die es halt nirgendwo gab. Und ja, da hast du auch einige auf jeden Fall umgesetzt. Das ist übrigens auch der Hintergrund, warum diese EP Glitch heißt. Weil ursprünglich war das viel mehr mit Videospiel-Referenzen bespickt, die ganz Beats. Wir haben sehr viele Beats, die nicht benutzt wurden. Boah, übel viele. Ich weiß gar nicht, was ich mit denen mache so jetzt. Ja, Bro, ey, vielleicht benutze ich die trotzdem noch so, wer weiß. Oder keine Ahnung, die sind auf jeden Fall extrem fetter. Irgendwie müssen die noch ans Tageslicht. Glitch 2. Nächstes Jahr, Leute. Nächstes Jahr, Leute. Glitch Bonus EP. Ja, ich muss endlich wieder in den Flow kommen. Und ja, ich bin zur Zeit in einem richtigen Loch. Aber naja. Ja, jedenfalls das erste, die erste Skizze, die ich auch direkt, wo ich mir dachte, jo, die werde ich auf jeden Fall verwenden, war tatsächlich Telefon. Und Telefon ist der Arbeitstitel für Flugmodus gewesen. Stimmt. Das ist krass. Das war das erste, was ich auch aufgenommen hatte, aber eins der letzten, was ich fertig gemacht habe. Stimmt. Voll krass. Ey, das war aber, ich weiß auch gar nicht, wie das entstanden ist. Das hat ja nichts mit irgendwie Videospielen oder so zu tun gehabt. Ne, das hast du vorgelegt. Ja, ich weiß aber nicht, warum, was da in meinem Kopf los war. Ey, wahrscheinlich hast du das gehört und dachtest dir, geile Sample für ein Beat. Kann sein. Wahrscheinlich. Ich glaube, ich habe auch zu der Zeit viel so Ami-Producer geguckt, die so im Stream, ne, so Bishu oder so, falls Leute gerade zugucken, die den kennen. Der macht auch immer so aus irgendeinem Scheiß irgendwas Cooles. Und ich wollte es dann irgendwie auch probieren und dann war es, glaube ich, so mit einer der ersten Sachen, glaube ich. Was ich vor allem halt krass finde, ist halt, das ist jetzt, ey, das wird, Leute, das wird jetzt die ganze Zeit so ein bisschen Koksack sein, weil, keine Ahnung, aber deine Beats sind halt wirklich so, du kannst nicht sagen, ja, die klingen wie XY, sondern ich finde, die klingen halt einfach wie Bovinci. Das finde ich halt so cool. Und das ist für mich das krasseste Kompliment. Ja, geil, aber Real Talk ist einfach so. Das fühle ich. Danke, Mann. Also wirklich, das ist für mich das beste Kompliment. Das freut mich sehr. Oder scheiße ich auch drauf, ob ich ein Beat verkaufe oder nicht. Wenn mir jemand sowas sagt, bin ich happy. Ah, das freut mich, Alter. Cool. Ja, ist auf jeden Fall so. Ich denke, das kann ja jeder bestätigen. Ähm, yeah, jedenfalls, man. Auf jeden Fall, das hat damals so angefangen. Ich weiß noch ganz genau, ich erinnere mich an die Situation, Digga. Ich hatte gerade Pause von der Berufsschule. Und du hast mir drei Beats geschickt und ich so direkt Kopfhörer rein, so hab die ausgecheckt und da war halt auch Telefon dabei. Ich hab's noch genau vor Augen. Es war ein regnerischer Tag, ich weiß noch ganz genau. Richtig epic origin story. Was war da noch dabei? Äh, ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht. Die wahrscheinlich kack Beats. Ne, die waren safe, nicht kacke, aber die sind im, im nichts verschwunden. Also die hast du auch nirgendwo mehr in Dropbox oder so. Die sind, glaube ich, weg. Okay. Äh, aber egal. Weg oder wack? Auf jeden Fall. Digga, weg. Dich wack. Auf jeden Fall war's dann so, ich glaub, du wolltest dann auch so wissen, was du für Beats machen solltest. Und ich hab dir extrem viele Videospiel-Tracks gesendet, die ich cool fand. Ja. Und, alter, wir hatten dann nicht einige Dinge. Boah, ist halt so voll schade. Das sind halt richtig viele Beats noch. Aber ich glaub, viele, also die Tracks, die auf der IP sind, viele sind gar nicht so Videospiel-Sample-lastig, oder? Eben, meinte ich ja. Meinte ich ja am Anfang. Das war ja so ursprünglich die Idee. Ich dachte sogar teilweise, alter, scheiße, da ist es viel zu viel Videospiel-Referenzen. Die Leute lernen, das übel finden, aber am Ende war's dann gar nicht so viel. Ähm. Ja, aber es hat jetzt auf jeden Fall angefangen und, ähm, ja man, dann haben wir uns so langsam herangetastet und es war echt sehr interessant, weil es das erste Mal war, dass ich so, so ein richtiges Konzept bei irgendwas hatte und es war einfach cool, wie du schon vorhin gesagt hast, es war so ein Hin- und Herspielen. Du hast mir meistens eine Demo geschickt, ich hab dann sowas aufgenommen da drauf und dann hast du gesagt, okay, komm, ich ändere hier noch was, dies, das, ich mach das, ah ja, das ist mir noch eingefallen und dann wieder zurück und, ja, das war auf jeden Fall ein sehr cooler Prozess. Na, das hat so Spaß gemacht, wirklich. Voll, Alter. Gerne wieder. Ja, ey, klar, safe, man. Das hat halt auch das, hä? Nicht zu viel verraten. Ich sage nichts. Leute, Spoiler, es wird Musik erscheinen. Irgendwann, mit irgendwem, vielleicht auch nicht. Naja, jedenfalls, ich denke, das war auch so ein Grund, warum es sich sehr lang gezogen hat, aber ich bereue das nicht, also ich finde das cool, sehr lange daran gefeilt und ja, ich bin auf jeden Fall vollends zufrieden und ich würde sagen, wir gehen dann auch mal so die einzelnen Tracks durch, wenn du da Lust hast, wenn du ein bisschen was erzählen magst, Boah, wenn ich mich daran erinnern kann, gern. Ja, ja, safe, safe, klar, wenn nicht, auch okay, aber du kannst ja auch einfach sagen, was du über den Track denkst oder ich weiß nicht, aber. Das ist schon, ich kann jetzt nicht sagen, welcher Kick wo ist und welches Snare ich benutze. Ey, ja, alles gut, wir müssen auch nicht komplett abnerden. Gut. All good. Aber mich interessieren deine Hintergründe auch auf jeden Fall. Aber, Freunde, ich würde sagen, wir kommen erst mal zur Rubrik Das Ding der Woche. Oh my God. Das Ding der Woche. Bist du vertraut mit der Rubrik, Chandler? Nee, doch. Doch, okay. Einfach sagen, was jetzt in der Woche das Coolste war? Naja, ich stelle immer so eine Frage, die so auf die Woche bezogen war. Und, ja, das machst du spontan, Digga, und wenn du überlegen musst, dann schneiden wir das einfach raus. Okay. Okay, easy. Erste Frage, man. Was würdest du sagen, ist so dein Song der Woche? Nicht, was diese Woche rauskam oder so, sondern welcher Song, welchen empfiehlst du gerade oder welcher, welcher Song hast du gerade? Welcher Begleiter? Ja, ich weiß, schwere Frage, ich weiß, schwere Frage. Da muss ich mal ganz kurz mein Spotify aufmachen. Ich kann auch erst mal beantworten, bei mir ist es, bei mir ist es, der Song Familienfeier von KIZ. Sagt er dir noch was? Äh, von dem neuen Album? Nee. Von Anschlag auf die U8, ja. Achso. Wir haben ja zwei Alben gleichzeitig. Ach, stimmt. Das eine war ja so ein bisschen Kiki-Balle-Album, das andere war ja ein bisschen, ne? Ja, so krass. Ich hab das zweite gar nicht gehört. Echt nicht? Achso. Also nicht komplett, ich glaub, ein Kumpel, Shoutout, Richie. Bester Mann, bester Mann, Shoutout. Halt so ein bisschen durchgeskippt. Also das richtige Album, sag ich jetzt mal, fand ich auf jeden Fall viel besser. Ja, mit den 80-Sounds und so. Ja, auf jeden Fall. Nee, das Album ist ultra stark, aber das macht extrem depressiv, Digger. Ich kann mir das nicht oft geben, muss ich ehrlich sagen. Aber das kriegen die so gut hin, irgendwie. Ja, ultra, ultra. Vor allem war die auch so ein, die haben so ein Standing und die haben so eine, man nimmt die halt ernst. Auch wenn die Bullshit-Lyrics machen, gerade auf dem einen Album, aber man nimmt die trotzdem ernst und die sagen es einfach so straight. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also auf jeden Fall, das Album tut weh und ist echt hart zu hören. Also big Trigger-Warning. Aber der Anschlag auf die U8 ist genau das Gegenteil. Das ist einfach so ein, wir verarschen einfach alles und jeden und Familienfeier ist einfach so ein Banger. Auf der Familienfeier. Einfach Banger. Banger, Banger. Ich weiß, ich feier, weil Leute, die die Gründige Familienfeier kennen, die können dazu relaten. Ich fand es einfach übel witzig zu hören und Nico KIZ macht da so eine geile Berliner Boomer-Stimme. Ach, das ist einfach geil. Ja, das ist mein Song der Woche. Jetzt abspielen, aber mach ich nicht. Bisschen wir nicht. Aber check den aus. Was gibt dir der Song oder geht der einfach nach vorne? Der ist einfach geil. Ah, cool. The Jeppard. Nice. Jeppern ist immer gut. Ja, ich könnte jetzt glaube ich noch zehn weitere sagen, die geil sind, die ich zurzeit höre. Ja, es ist auch kacke spontan zu beantworten, aber das macht es halt aus so. Es soll so ein spontaner Ding sein. Okay, man. Was ist dein Vibe der Woche? Also was hast du diese Woche gefühlt oder wie bist du gerade drauf? Was ist dein Vibe der Woche? Ich bin gerade so im Sportmodus. Geil. Cool. Also so Ernährung, Sport gerade. Krass. Krass. Also Ernährung fällt mir schwer, muss ich ehrlich sagen. Es ist auf jeden Fall schwer. Es ist immer hart eigentlich. Ja, safe. Aber kriegst du auch hin. Ja, safe. Vor allem bei mir, ich habe ja noch eine miese Essstörung. Also bei mir ist es immer noch doppelt hart. Aber ja, ich muss es irgendwie regeln. Guck mal selbst, wenn du es nur für eine Woche machst und dann wieder kurz reinkackst, aber dann wieder eine Woche irgendwie schaffst. Ja, stimmt. Das ist so ein Learning auf jeden Fall. Man muss dranbleiben. Das hat mir früher das Genick gebrochen. Ich war schon mehrmals im Gym angemeldet und so. Und immer, wenn ich eine längere Pause hatte, dachte ich mir, okay, fuck this shit. Ich schaffe es nicht. Ich melde mich wieder ab. Aber genau das sind die Momente, wo du sagen musst, nein, ich komme jetzt wieder rein. Es ist okay, so Phasen zu haben, wo man komplett reinkackt und nichts schafft und nicht hingeht und so. Genau diese Momente sind wichtig, dass man dann weitermachen muss. Das habe ich wirklich gelernt. Ja, safe. Also ich glaube, wenn du jetzt drin bist und wieder rauskommst, darfst du nicht zu lange, also du darfst nicht zu lange dann nichts machen, weil dieses Reinkommen wird dann immer schwieriger. Das ist immer Aids, ja. Aber mal so, weiß ich nicht, mal eine Woche Pause, Ruhe, chillen, das ist normal. Ey, aber ey, selbst wenn du mal einen Monat einfach nichts machst, klar, es ist schwer reinzukommen, aber wirklich wichtig ist es einfach, trotzdem dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Das habe ich wirklich gelernt. Auf jeden Fall. Ja, cool. Also mein Vibe der Woche ist auf jeden Fall Final Fantasy 12 zocken und Handy ausmachen. Das ist ein sehr geiler Vibe. Fühl ich sehr. Auch krank. Achso, eine Sache muss ich hier noch erwähnen. Ich bin null in diesem Gaming-Ding gerade drin. Ja, ey. War ich auch noch nie so richtig. Ich verzeih's dir, ich kann nicht immer noch dazu zwingen, sondern es geht natürlich. Vielleicht machen wir irgendwann mal einen Stream, wo du mir alles zeigst. Oh nein, das wäre natürlich cool. Ey, nee, alles cool, ey. Ich sag immer wieder, Gaming ist halt so eins meiner größten Hobbys, es war auch einmal eins meiner größten, I don't know, es war immer so eine Welt, ja schon, in die ich flüchten konnte, auch wenn ich jetzt nicht vor der Realität flüchte, auf denen. Aber es war einfach so wie Meditation ein bisschen. Ja. Einfach abschalten, Kopf aus. Du brauchst nicht über den Tag nachdenken. Das ist einfach das geilste Medium. Das könnte mir niemals ein Film oder ein Buch geben wahrscheinlich. Einfach weil die Interaktionen halt so krass sind. Keine Ahnung. Ja. Aber ich check trotzdem, wenn man sagt, Videospiele sind nichts für mich, weil am Ende des Tages ist es vielleicht auch nicht so gesund. Ja, guck mal, die Games, die du zockst, das ist ja auch voll viel Nostalgie, weißt du? Oder? Ja, Hälfte, Hälfte würde ich sagen. Ja, und diesen Punkt habe ich zum Beispiel gar nicht, weil ich früher einfach nicht so krass... Also ich habe gezockt, aber so alle Spiele, die jeder gespielt hat, so... Ja gut, aber für die kannst du auch Nostalgie empfinden, ne? Ja, aber... Ja, ich weiß nicht. So eine Sachen halt. Ja. Ich habe nicht diese Emotionen dazu, weißt du? Diese Erinnerungen, sag ich mal. Ja. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu jung. Ne, also das hat damit, würde ich nicht sagen, dass das dabei was zu tun hat. Außerdem, sie sind gleich halt. Ich suche gerade nur eine Ausrede. Ja, ich check. Ne, ey, alles okay, so. Ich fühle mich komisch, weil du musst dich nicht rechtfertigen, dass du dich zockst. So, alles cool. Okay, Mann. Letzte Frage. Wofür bist du diese Woche dankbar? Das muss eine kleine Sache, kann eine kleine Sache sein, kann eine große Sache sein. Das kann irgendwas sein. Boah, da muss ich kurz nachdenken. Okay, Mann. Also ich bin diese Woche auf jeden Fall, ich bin dankbar, das ist richtig random, aber ich bin dankbar einfach, ich habe letztens realisiert, wie krass es ist eigentlich, dass wir theoretisch fast alles kochen können zu jeder Zeit. So checkst du, du kannst dir einfach Zutaten aussuchen und dann kannst du einfach ein Essen machen, was du möchtest. Das ist so krass. Das ist echt krass. Actually, wenn man so drüber nachdenkt, habe ich letztens so drüber nachgedacht, dachte so, hä, das ist ja immer so ein Privileg. Ja, random, aber ja, das fühle ich. Aber fühle ich auch. Nice. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel die Woche, ich weiß nicht, ob man dafür so dankbar sein sollte, aber ich habe die Woche mit Rauchen aufgehört. Ey, ey, super stark. Also bis jetzt. Ja, safe, was solltest du dankbar sein, ja. Jetzt ist fast eine Woche so. Ey, das ist stark. Sondern mit meiner Freundin, sie hat auch aufgehört. Ey, stark, stark, doppelt stark, Mann. Vor allem, man sagt immer, die ersten drei Tage sind die härtesten, würdest du das bestätigen? Auf jeden Fall. Krass. Also die waren echt hart. Gerade auch, weil ich jetzt wieder angefangen habe zu arbeiten, also mein Urlaub ist jetzt vorbei. Oh. So auf der Arbeit, und es gibt immer diese Punkte, weißt du, wo du immer, zum Beispiel du steigst ins Auto, hast dann normalerweise geraucht. Ja. Oder nur auf der Arbeit und so. Check, 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 check. Und diese Punkte halt zu überwinden. Auf der Arbeit ist es halt doppelt schlimm. Weil es ist einfach so ein, es ist so ein Routine-Ding. Ey, das ist, Rauchen ist ja im Endeffekt einfach nur eine angewöhnte Routine und dem Körper fällt es halt einfach schwer, diese Veränderung halt hinzunehmen. Ja, auf jeden Fall. Checkst du? Ja. Also, keine Ahnung. Es ist dann für dich halt komisch, ja, ich rauche jetzt keine, wenn ich Pause habe in der Arbeit, so auf denen, weil du bist nicht daran gewohnt, du bist diese Routine gewohnt. Okay, irgendwas fehlt gerade. Und ja, ich save das auf jeden Fall. Respekt, Digger, und zieh durch. Ja, ich ziehe das durch. Finde ich richtig cool. Ja, sonst habe ich gerade nichts. Ey, das ist ein absolut guter Take, so. Vor allem Nikotin ist halt brutal, weil... Schätan. Ja, wenn du richtig viel raust, imagine, du raust so, keine Ahnung, zwei Schachteln am Tag oder so und wenn du dann vom einen auf den anderen Tag aufhörst, ist das ja auch eine körperliche Abhängigkeit. Das heißt, dein Körper kann wirklich zu Schaden kommen, wenn du sofort kalt in den Zug machst. Das ist so crazy, wenn man darüber nachdenkt. Ja, Mann. Also, ich weiß nicht, ob bei Nikotin, ob das so... Ich weiß gar nicht, ob das so... Also, ich habe jetzt nicht so krass viel. Ich habe auch eigentlich mehr so E-Zigaretten und so gehaucht. Ja. Habe halt auch voll mit Nikotin vollgeballert. Aber, ähm... Ich glaube, das... Also, du kriegst halt Schweißausbrüche, Kopfschmerzen. Ja. Er kommt halt, wie gesagt, darauf an, wie viel du vorher geraucht hast. Ja, stimmt. Aber es kann auch, äh, körperlich gefährlich werden, kalten in den Zug zu machen. Das ist echt crazy. Ja. Ja, krass, Alter. Das war das Ding der Woche. Das Ding der Woche. Cool. Ja, waren auf jeden Fall coole Pics, Mann. Coole Antworten. Und so spontan. Sehr nice. Okay. Ja, würde ich sagen, kommen wir zu Glitch-EP, Leute. Ich habe euch so viel mit der EP-Folge labert. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin einfach sehr stolz darauf. So, jetzt mal wirklich fernab davon, wie viele Leute da streamen und so. Aber ich schaue da einfach super gerne drauf zurück. Und ich erinnere mich gerne an die Zeit. Ich muss auch sagen, es war nicht immer alles geil, weil es war teilweise schon sehr Kopf-Fick und so. Mhm. Ähm, jetzt nicht mit Bovinci, aber trotzdem, keine Ahnung. Es war, es steckt immer mehr dahinter, als man denkt. Aber ich bin wirklich sehr froh. Und ich habe es dir schon mal privat gesagt. Und das ist jetzt vielleicht, ey, vielleicht denkt ihr jetzt, ey, das ist extrem cheesy und vielleicht ein bisschen cringe. Aber als ich die zum ersten Mal, als alle Masters fertig waren, als ich die zum ersten Mal durchgehört habe, habe ich, als sie fertig war, musste ich echt ein paar Tränchen vergießen. Ich weiß nicht, einfach, weil ich diese ganzen Emotionen auf einmal nochmal durchgelebt habe und mir so dachte, damn, jetzt ist es einfach fertig. Vielleicht ist es auch, weil es das erste große Projekt ist, so auf denen. Ja, guck mal, daran sieht man halt, dass du es fühlst. Mehr kann man dazu nicht sagen. Also, es ist nicht cringe, es ist nicht irgendwie cheesy, es ist einfach, du fühlst es einfach. Das hast du schön gesagt. Ja, ey, so ist es auch. Ich auch, by the way. Also, ich mag es auch. Ja, freut mich sehr. Freut mich sehr. Freut mich sehr. Cool, dass wir unsere Sachen cool finden. Ja, echt cool. Also, wirklich. Und danke übrigens nochmal. Ich habe es schon oft gesagt, aber ich bedanke mich auch an der Stelle nochmal an alle, die mir da privat geschrieben haben, ob das in die EP was gegeben hat. Und das ist einfach, das ist für mich zum Beispiel das größte Kompliment, weil ich höre natürlich viel Musik, weil mir das irgendwie hilft im Leben, weil ich mit Situationen klarkommen muss, weil es meinen Alltag verbessert, weil ich mit den Lyrics relaten kann. Und wenn ich das anderen Leuten geben kann, es gibt nichts Besseres. Also, Real Talk, das ist wirklich für mich das größte Kompliment. Und danke nochmal an der Stelle. Yeah. Yeah. Von mir auch danke, dass sie Ose geschrieben hat. Haben dich eigentlich so Leute darauf angesprochen oder so? Ich weiß gar nicht. Ja, so die Besten, die Engsten. Ah, okay. Check. Richie hat einen Loop, das weißt du aber. Ja, Richie allein schon dafür, dass er Litchie mal klingt. Ähm, was soll ich sagen, das ist auch immer so ein Ding, ich, äh, ich finde das auch immer so ein bisschen doof im Deutschrap, dass so die Produzenten so ein bisschen im Schatten stehen. Und das hat sich aber auf jeden Fall schon verbessert. Voll, ne? Voll, ne? Es ist mittlerweile so normal, dass so der Produzent mit im Tracktitel steht und das finde ich auf jeden Fall richtig stark. Weil ich sehe das auch oft, dass, dass auch etablierte Rapper einfach gar keinen Produzenten angeben, nicht mal in irgendeiner Videobeschreibung oder so. Und ich denke mir so, Digga, hä, so, gibst du gar keinen Credit? Oder, ich, ich, ich finde es einfach doof. Und, ja, vielleicht wollen das, also, ich weiß nicht, vielleicht wollen das manche Producer einfach nicht. Oder die sind einfach froh, dass sie Geld bekommen haben und vielleicht ist denen das nicht so wichtig. Kann sein. Aber ich habe es auf jeden Fall auch schon, äh, bei Freebeats gesehen, dass die Rapper Freebeats benutzt haben und das nicht. Okay. Aber ja gut, ey, keine Ahnung, vielleicht gibt es andere Hintergründe. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, ich finde es cool, dass Produzenten ein bisschen so mehr jetzt nach vorne gerückt werden. Und, ja, man. Ja, ich versuche das auch so durchzuziehen mit Leuten, also mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Also, wenn das für die auch cool ist, ne, dass die mich dann da so mit als Feature oder so reinschreiben. Also, einfach, dass ich halt auf meinem Spotify-Profil, dass man sehen kann oder einfach so als, äh, wie sagt man, Legacy, so. Ja, okay. Wann habe ich was gemacht oder für Leute, die neu auf den Dings kommen, so, was, was mache ich überhaupt? Aber wäre es für dich eigentlich, wäre es für dich eigentlich auch so kein Problem, wenn die Leute das nicht, nicht möchten oder so? Ja. Ja, auch kein Ding. Also, wäre irgendwie blöd. Also, ich würde es schade finden, aber ich würde auch keinen zwingen, ne, im Endeffekt. Das ist ja deren Projekt dann. Ja, check. Und ich möchte an der Stelle wirklich nochmal flexen, einfach, wie krass es ist, dass Random, äh, Crystal F, so ein Beat von dir gepickt hat. Ja, stimmt. Weil, falls ihr den nicht kennt, ist so einer der Frontmänner von Rough Fiction und, ja, der hat auch schon, er hat auch schon eine ziemliche Legacy im Deutschrap. Ja, voll cool, er hat einfach Random ein Beat von Bovinci gepickt, habe mich sehr gefreut. Ja, man, Shoutout. Voll krass, ich habe ihn so 2000... Habe mich auch voll gefreut. Oh, sorry. Alles gut, ich habe ihn so, keine Ahnung, seit 2014 oder so gehört, ich habe auch von ihm eine Albumbox hier stehen und er hat einfach dein Beat benutzt, echt cool. Yeah. Freut mich auf jeden Fall. Mich auch. Okay, man. So, wo, 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 wo sind wir hier gerade? Thematisch. Wir sind gerade Leute, wir sind gerade eigentlich, äh, wir wollten kurz nochmal die EP durchsprechen, vor allem die Instrumentals, so. Ach ja. Ja, man. Und das Intro Avatar-Zustand ist direkt so eins meiner, eins meiner absoluten Favorites, so. Ich fand das Sample halt super cool, ich liebe Avatar, das ist meine Lieblingsserie, ich denke, das wissen viele. Und ich finde dieses Zungi-Horn super nice. Ich habe ihm nur dieses Zungi-Horn geschickt und dann hast du direkt eigentlich, ich glaube sogar noch am selben Tag oder einen Tag später hast du dieses fette Brett gemacht. Nee, beziehungsweise du hast einen anderen Beat gemacht, der klang anders. Ja. Der war, der war mehr gezungi-horned, oder? Ja, der hat mehr gehorned. Ja, genau. Und der hat jetzt weniger horn. Die Version fand ich aber auch schon krass. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, dass wir dann den nochmal geändert haben. Ja, ich fand die, die hat nicht so, also die hat vom Sound-Bild nicht so zu den anderen Sachen irgendwie gepasst. Das war so voll plucky und so EDM-mäßig von den Sounds, finde ich. Ja, ja, ja. Und dann habe ich irgendwann einfach einen Beat gemacht und habe das nochmal irgendwie versucht einzubauen. Und dann hast du mir deinen A Cappella geschickt und ich habe das halt so gestretched. Ja. Und das war irgendwie viel geiler dann. Ich weiß nicht. Digga, ist das nicht auch eine Zusammenkunft aus dem Kamehameha-Ultra-Instinkt-Beat? Boah, ich weiß gerade nicht, welchen du meinst. Aber was auch immer. Ja, auf jeden Fall. Stimmt. Ja? Ja? Es ist eine Mischung aus zwei Beats im Endeffekt geworden. Ja. Ganz komische, ich weiß auch nicht. Aber es war fett. Es war richtig so. Ich fand's gut. Auf jeden Fall. Aber die erste Version fand ich auch nicht schlecht. Aber gut, dass wir nochmal... By the way, was ich wirklich appreciating möchte, ich finde, du machst das Sounddesign auch sehr gut. Zum Beispiel, als ich dieses sage mit dem, das ist ähnlich wie eine Nadel und dann hast du diese Tattoo-Maschine und die fittet da so sehr gut rein. Und habe ich auf jeden Fall gefeiert. Ja, ich liebe sowas. Ja, voll. Ich auch. Ich auch. Das ist nochmal irgendwie... Weiß ich nicht. Das ist so dieser Feinschliff einfach. Genau, diese Details. Dass man irgendwie hört, dass die Leute hören, dass man sich so ein bisschen mehr Gedanken macht einfach. Ja, ich hoffe halt, die hören es, aber... Ich hoffe auch. Leute, ihr müsst es hören jetzt. Leute, habt ihr es gehört? Schreibt es in die Kommentare. Habt ihr die Tattoo-Maschine gehört? Ja, ey, würde mich wirklich interessieren, ob die Leute darauf geachtet haben. Also sowas nimmt man ja nicht so direkt wahr. Ja, stimmt. Das ist ja so... Das geht einfach so cool rein, vielleicht. Ja. Man denkt sich jetzt nicht so, boah, krasser Tätowierer im Intro, ey. Stimmt, Alter. Okay, Ben. Zweiter Track. Dreamer. Ja. Auf jeden Fall auch einer meiner Favoriten und... Ja, bin ich auch... Also sagen auch viele, dass es einer ihrer Favorites ist. Ich habe ja schon in der letzten Podcast-Folge gesagt, so, ich wollte dieses Digimon-Theme machen. Ich wusste... Ich habe ihm nur gesagt, ähm, hier, da gibt es dieses Digimon-Intro. Ich will so einen Track machen, der so ähnlich klingt. Mach mal. Und du hast auch wieder extrem schnell so ein Brett gemacht. Ist auch mit meinem Lieblingsbeat. Äh, ich hab... Ja, ich mache eine Top-3, okay? Ich mache eine Top-3. Okay, okay. Meine Top-3-Beats. Top-3. Ich glaube wirklich, Platz 1 ist wirklich der Dreamer-Beat. Denk schon. Platz 2 ist der Avatar-Zustand-Beat. Platz 3 ist der Loner-Part-2-Beat. Loner-Part-2 heißt... Das Ende, oder wie? Ja, das Ende. Platz 4 ist der Loner-Part-1-Beat. Würde ich sagen. Aber jetzt, keine Ahnung, spontan so. Okay. Ja, Mann, ey, wie bist du da vorgegangen? Weil du hast ja auch so E-Gitarre und so mit rein. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich hab, glaube ich, einfach erst mal das Original gehört bei Spotify, ne? Stimmt, du kanntest es ja vorher nicht, ja. Ja, und dann wollte ich irgendwie halt nicht das benutzen, sondern ich hab da bei YouTube irgendwie so, dann hab ich so eine Cover-Band gefunden. Ah ja, genau. Die das singt. Dann hab ich mir da von das A Cappella erstmal so gezogen. Auf korrekt. Ich hab den aber auch geschrieben, wir haben den auch geschrieben, ne? Ja, 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 ich hab auch mit denen kurz geschrieben, ja. Also eigentlich, also für die, die es nicht wissen, also können ja nicht wissen, am Anfang von der ersten Skizze war das A Cappella von dieser Rock-Band oder von dieser Cover-Band noch da drin. Genau. Dann haben wir den geschrieben, wollten das irgendwie abklären. Ja. Ja, hat irgendwie nicht geklappt, dann haben wir es einfach rausgenommen. Right. Wir haben so, ich hab so voll mit denen cool geschrieben und dann ge-gostet. Ja, die waren auch echt, ne? Ich weiß nicht, wie die heißen, aber ja. Weiß grad nicht mehr. Man findet die so, wenn man Anime-Song-Cover... Ja, einfach Digimon-Intro... Ne, was ist das? Ist das Intro gewesen? Ah, das ist Digimon Tamers Intro. Warte, Digga, ich will denen einen Credit geben, so... Die haben zwar überhaupt nichts im Prinzip damit zu tun, aber ich will denen trotzdem Credits geben, weil die nett sind. Die waren auch Teil vom Prozess? Irgendwo waren sie ja Teil vom Prozess. Größter Träumer, so, zack. Der größte Träumer. K1, ich hatte einen Traum. Nein. Ne. Äh, man findet sie nicht. Ja, auf jeden Fall, das war ein ziemliches Hin und Her mit dem Song. Also, der ist im September 2023 entstanden. Kontrollverlust heißen sie. Shoutout. Stimmt. Richtige Atzen, auf jeden Fall. Und ey, das war so ein Hin und Her. Und wir hatten auch richtig Panik, so, kann man das überhaupt so rausbringen und so? Wie ist da die Gesetzeslage? Und es ist halt echt eine miese Krautzonne und so. Aber es sollte auf jeden Fall klar gehen. Im Endeffekt haben wir es eh raus, also haben wir es ja eh rausgenommen. Ja, safe, 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 safe. Ja, also auf jeden Fall habe ich mir das A Cappella runtergeladen. Ja. Und darauf halt den Beat, also erstmal die Hook genommen, geloopt und darauf erstmal so die Grundakkorde und den Bass so ein bisschen gebastelt. Ja, dann das A Cappella gemutet und dann daraus, aus den Sachen, die ich habe, Part gebaut. Ja. Und so, ja. Du hast extrem geslate. So, du erzählst einfach, ja, bisschen gebaut, bisschen... Ja, was soll ich... Aber im Endeffekt ist es so ein Meisterwerk, wirklich, muss ich wirklich mal sagen. Vor allem die E-Gitarre, die kommt extrem hart. Das Ding ist, ich will jetzt auch nicht sagen, so, einer, auf den ich wusste genau, was ich da gemacht habe, weil vieles ist einfach ausprobieren. Ja, das ist das Geile. Ich wusste von vornherein überhaupt nicht, was da jetzt entsteht. Ich habe einfach so viel ausprobiert und vieles ist auch einfach Glück, so würde ich sagen. Ja, 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 das ist beim Producing, glaube ich, so ein Ding, ja. Auf einmal hört es sich so krass an. Aber ist die Gitarre ein... Hast du die so selbst eingespielt mit BD-Keyboard? Nein, ist ein Splice-Sample. Ah, chillig, chillig, okay. Aber ich finde, die klingt echt authentisch. Ja, eben, hä? Eben, die fitet perfekt. Fittet perfekt. Ja, so bastle ich die Sachen dann. Ja, auf jeden Fall, der Song betreut mir echt extrem viel. Und ja, freut mich sehr. Es ist ein sehr cooler zweiter Track, finde ich. Finde ich auch. Ich finde das so... Eigentlich ist das Intro immer der Opener, aber ich finde, irgendwie ist auf der IP Dreamer der Opener. Finde ich. Hm, naja, Opener ist eigentlich immer der erste Tracker einfach. Ja, ich meine, so vom Gefühl. Vom Vibe, ja. Ja, vom Vibe. Ja, ich check auf jeden Fall. Man hätte Dreamer auch auf die Eins machen können, sag ich ehrlich, ja. Hätte man auch. Aber, aber der Zustand hat so ein cooles... Ach, wie auch immer, Leute. Ich bin schon zufrieden. Ich stelle mir das live geil vor. Wenn du so einfach erstmal das komplette Zungi Horn drei Stunden Version abspillest und dann reingedroppst. Das lässt mich auf jeden Fall dreamen. Ja, auf jeden Fall. Holy shit. Das wäre so cool. Oh mein Gott. Ja, Leute, ich habe es mir wieder gesagt. Das ist auf jeden Fall eines meiner größten Ziele, dass wir da selber mal irgendwas auf die Beine stellen. Ey, wer weiß. Ich arbeite dran. Ja, vielleicht nächstes Jahr. Wer weiß. Hoffentlich, Mann. Hoffentlich. Natürlich musst du auch sich rentieren und so. Es müssen genug Leute Interesse haben. Wäre auf jeden Fall fett. Ja. Das ist einer meiner größten Träume. Ruf mich dann an. Ich komme auch. Same, Mann. Ey, natürlich kommst du. Ist ja klar. Ist ja klar. Okay, Mann. Der dritte Track. Ich erinnere mich genau. Ich erinnere mich genau. Das haben wir überhaupt nicht für die EP geplant, sondern es war so. Ich habe so einen Nonsense-Track gemacht für TikTok im Endeffekt, wo ich so einfach komplett Bullshit reime. Und ich habe dir den, beziehungsweise du wolltest den haben irgendwie. Du wolltest das A Cappella haben und du hattest einfach Bock, was zu bauen. Und dann hast du dieses Instrumental gebaut, was halt eigentlich gar nicht von der Stimmung her passt zu diesem Nonsense-Lyrics. Und dann dachte ich mir, hä, der Beat ist übel geil. Das könnte ich doch eigentlich für einen Interlude verwenden für die EP, die da zu dem Zeitpunkt schon fast fertig war. Und habe es einfach gemacht. Ja, ich kann mich auch tatsächlich gar nicht mehr an das Original erinnern. Also an diese Lyrics. Ich weiß noch, aber mit dem Original, ich glaube, ja, ich glaube, bei Aldi an der Kasse und du Penner hast recht, wenn du mir sagst, dass ich zu viel am Männerschwanz lege. Ja, ich bin, äh, du bist Blender und Wack, ich bin wie Rentner der Chef und habe gerade irgendwas entdeckt. Ja, irgendwie so. Ja, hättest du auch lassen können. Ja, save, man, save, man. Aber ich muss mal wieder meinen Bruder Urinzone anhauen, dass der mal wieder ein Tape macht. Fällt mir so ein. Ah, okay. Next Song, Plan. Yeah, the first singer. Es ist so ziemlich der, ich sag mal, ruhigste Song, würde ich sagen. Der sehr auf Atmosphäre setzt. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es da war. Ich glaube, der Beat hieß einfach Lo-Fi. Ich glaube, den hast du mir einfach so mal geschickt. Hast du gesagt, hey, den habe ich gemacht. Ich glaube, das war vom Outro, was du meintest. Ach, stimmt. Ich glaube, den habe ich einfach mal so gemacht und dir eine Demo geschickt und die lag auch voll lang rum. Ja, stimmt. Und dann hast du so gefühlt nach vier, fünf Monaten dann irgendwie noch was versucht und dann war das auch voll cool. Genau, manchmal kommt mir so ein Impuls und dann denke ich mir so, hä, den Beat habe ich zwar schon voll aufgeholt, aber jetzt habe ich eine Idee, was ich darauf machen könnte. Und ich habe halt die Hoffnung, dass es mir jetzt bei den anderen Beats auch noch so geht, die ich jetzt noch krass finde. Ja, so ist dir entstanden. Vielleicht finde ich die dann aber nicht mehr cool. Das ist mir egal. Ich glaube, irgendwelche Beats, ja, ey, kommen wir gleich dazu. Kommen wir gleich dazu. Aber du fandest auch nicht mehr alle Beats gut, aber dann am Ende doch. Ja. Und jetzt kommen wir zu einem der, finde ich, auch stärksten Instrumentals ever. Ist auch sehr früh entstanden. Lona. Besteht sogar aus zwei Beats. Das heißt, wir haben zwar acht Tracks, aber neun Instrumentals auf der EP. Und Lona, ich liebe das Instrumental. Und jetzt können wir es auch auflösen. Ich habe es in der letzten Folge angeteased. Jemand hat schon in den Kommentaren geschrieben, ist es eventuell ein Donkey Kong Country Sample? Weil es so 16-Bit-mäßig klingt. Nicht ganz richtig. Es ist ein 16-Bit-Sample und es ist aus Chrono Trigger. Einem der besten RPGs ever. Ich habe dir, glaube ich, gesagt, ja, Chrono Trigger, da kann man sehr viel draus samplen. Du hast dann den kompletten Soundtrack durchgehört. Wir haben auch noch einen anderen Chrono Trigger Beat, den wir nicht benutzt haben. Und ja, das ist Underwater Palace. Das ist das Sample. Das hast du auf jeden Fall richtig geslayt. Boah, ich bin so gerade voll durcheinander. Ich weiß gar nicht mehr, was es ist. Vom, vom, vom... Ja, stimmt. Okay. Ja, auf jeden Fall. Du hast ihn sehr, sehr verwandelt, sehr geslayt. Dieser Underwater Palace ist... Klingt schon so ein bisschen... So ein bisschen düster und man weiß nicht, was abgeht und so. Aber du hast ihn nochmal, glaube ich, tiefer gepitcht. Würde ich jetzt so aus meiner Erinnerung raus sagen. Ja, stimmt. Und dann hat es noch so einen komplett anderen Vibe bekommen. Und dann hast du so einen bouncy... Ich weiß nicht mal, wie man es nennt. Auf jeden Fall, du hast es sehr bouncy. So ein bisschen sogar Techno-mäßig, aber nicht ganz. Ja, so House Drums. House, genau. House Drums, ja. Würde ich jetzt sagen. Fühle ich. Und das Feature, auch krank, finde ich. Das Feature, naja, hat uns gut abgeliefert. Wir haben auch so lange, ja, gesucht, wen nehmen wir da als Feature, weil ich habe keinen zweiten Part gefühlt selber. Ich dachte mir, das ist perfekt für ein Feature. Ich habe viele Leute gefragt, muss ich dazu sagen. Bei keinem war es so... Ja, es hat einfach bei vielen nicht funktioniert, sage ich mal so. Es ist nichts entstanden. Ist ja völlig normal auch passiert. Bei Naya, er hat relativ schnell was abgeliefert und ich bin sehr zufrieden. Sehr krasser Typ, auch allgemein sehr talentierter Musiker. Ist jetzt auch am Beats selber producen. Oh, geil. Vielleicht kommt da auch noch mehr mit dem Dude. Ja. Und dann den Beatwechsel, den hast du dir auf jeden Fall ausgedacht. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich will da einen zweiten Part, aber ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Du hast einfach einen zweiten Beat noch hinten rangehauen, ne? Ja, ist ja nur so ganz kurz. Ich weiß auch nicht, warum ich das... Also, es war einfach mal so... Ich habe auch gar nicht damit gerechnet, dass du darauf rappen willst. Ah, okay. Das war einfach so. Als Autor, ja. Ich habe auch eigentlich damit gerechnet, dass du einfach sagst, ja, brauchen wir nicht oder schmeißt... Also, schneid das weg oder so. Ich fand das so fett. Ich fand das so fett. Und dieser Übergang, auch dieses... Fand ich so cool. Fand ich so cool. Und es hat auch so zum Thema gepasst, weil ich habe ja so mäßig das Thema gehabt, ja, hier, ich schließe mich im Zimmer ein und mache alles dunkel auf den. Da habe ich mir gedacht, okay, perfekt. Dieser zweite Beat ist noch völlige Finsternis, völlige Dystopie. Ich gehe nie wieder raus und beschreibe dann meine Feelings und es hat sehr gut gepasst. Es war auch Zufall, ein Zufall, der einfach sehr gut gepasst hat. Ja, wie gesagt, das war ein Happy Accident. Ja, Mann. Ja, Mann. Das ist immer am coolsten, wenn das passiert. Ja, Alona auf jeden Fall auch einer meiner Fave-Tracks. Auch wird sehr oft genannt, dass er einer der Faves ist. Ja. Was kommt, was, ich habe, gut, dass ich die Track, die es gerade nicht aufhabe, ich weiß gerade gar nicht, was kommt. Ah, krass. Aber was würdest du eigentlich so sagen, was ist so dein Lieblingssong von der EP? Ähm, ich würde sagen, was morgen ist. Krass, okay, krass, 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 krass. Okay, cool, sehr cool. Also nächstes kommt auf jeden Fall Flugmodus und da haben wir ja schon vorhin drüber geredet. Da hat er mir auch eine Skizze, schon extrem früh, noch bevor die Idee mit der EP stand, hat er mir die Skizze geschickt und hat die dann halt sehr ausgebaut, nachdem ich da was vorgelegt hatte. Und ja, ich hatte auch ewig keine Hook im Kopf, dann waren wir unzufrieden mit der Hook. Wir dachten sogar kurz, wir nehmen den Song nicht mit drauf, weil wir, er war nicht mehr zufrieden mit dem Beat, ich war nicht mehr zufrieden mit meinem Rap, aber mittlerweile mag ich den Song voll. Weil er auch von der Message her ist super wichtig. Und wirklich, also ich stehe wirklich 100 Prozent hinter dem Song. Es ist wirklich ein Gefühl, was ich so musikalisch nur ausdrücken kann. Ich wusste auch zwei Wochen, bevor wir die EP-Release haben, gar nicht, dass sie den draufmachen willst. Ja, safe. Da hatten wir auch keinen Premix oder so, ich hatte den immer nur rumliegen und dachte mir, ja, ich schicke das jetzt noch zum Mixmaster ab. Ja. Ich fand den Beat so, ich fand den irgendwie, der hat nicht so, der hat nicht so gedrückt. Ja, aber weniger ist manchmal mehr. Und ich finde, der läutet so sehr gut dieses bisschen dystopischere ein, weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich check. Ich finde, er passt einfach zu dem Thema Flugmodus. Er passt einfach perfekt. Ja, Mann. Ja, Mann. Und dann kommt schon, was morgen ist. Mein Favorite, glaube ich. Dein Favorite, ja. Ich finde, also von den Lyrics her ist es wahrscheinlich mein ehrlichster Track. Da habe ich mich am meisten geöffnet auf jeden Fall. Es war auch so, dass der erste nur einen Part hatte. Und ich dachte so, jo, das ist jetzt fertig. Habe ich den in dir geschickt. Und du so, ja, mach noch einen zweiten Part, mach noch einen zweiten Part. Und ich bin sehr froh, dass du das gesagt hast. Weil ich finde, der zweite Part ist viel besser noch als der erste. Und der ist sehr ehrlich und straight aus dem Herzen. Und ja, Mann. Ja, ich finde, ich glaube, das ist es nicht, warte mal. Ist es nicht der einzige Track mit zwei Parts? Na, na, Bro. Gar nicht. Nein, gar nicht. Fast jeder Track hat zwei Parts. Fast jeder Track. Hä, okay. Aber ich finde, bei solchen Tracks, wo man so ehrlich rapt, kommt das immer nochmal krasser. Wenn man so nochmal einen zweiten Part. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, war eine gute Entscheidung, war auch ein sehr cooler Beat. Ich finde, der hat so einen Nacht-Vibe. Deswegen habe ich auch den Mond als Cover irgendwie genommen. Der hat so einen Drei-Uhr-Nachts-Gedanken-Vibe, wenn man checkt. Ja. Ja. Ich auch. Finde ich cool, dass du den fühlst. Also ich fühle alles. Aber weil du mich gefragt hast, was ist mein Favorite. Ja, also finde ich cool, dass es dein Favorite ist, meine ich. Ja. Ich finde es immer, das ist auch eines der besten Gefühle, wenn man so eine Musik macht, dass die Leute die Texte verstehen, also im Sinne von, dass sie checken, was du sagen willst. Hm. Dass sie checken, was du ausdrücken willst. Ja. Das ist auf jeden Fall immer sehr, sehr großes Kompliment. Ja. Ja, gerade auch, wenn die sich am, also das Krasseste ist ja für dich dann wahrscheinlich, wenn die das auch richtig fühlen. Ja. Was du sagst und sich damit identifizieren können. Absolut. Und du denen im besten Fall irgendwie noch hilfst oder so damit, weißt du? Absolut. Wie gesagt, das habe ich ja bei Musik. Das hilft mir ja auch, wenn ich Musik von anderen höre. Und wenn ich das für andere geben kann, das ist das beste Leben. Das ist eine der größten Motivationen auf jeden Fall in der Sache. Das habe ich bei Beats zum Beispiel gar nicht. Stimmt. So, keiner kommt zu mir und sagt. Voll sad. Voll sad. Mit dem 808 Slide da im Zip-Track. Es war so krass. Ich habe das so gefühlt. Aber ey, es wird halt safe so sein. Dadurch habe ich eine bessere Note geschrieben. Nee, aber ey, guck mal, es wird safe so sein. Die Leute werden es noch nicht sagen. Also ich meine, ich kenne es ja selber, wenn ich mir denke, boah, das Instrumental gibt mir so heftige Gefühle. Ich schreibe da ja auch nicht den Beat-Produzenten an. Okay, manchmal kommt es vor, ich schreibe einen Kommentar bei dem Producer, dem ich folge und so. Aber für gewöhnlich schreibt man nur dem Artist. Aber das ist auch voll okay, weil, also ich erwarte das auch nicht. Ja. Es geht ja, du bist ja eigentlich der Main-Charakter. Der Main-Charakter. Und ich will dir ja einfach damit so den Steilpass geben. Ja, safe. Weil wenn du das fühlst, ist es ja, wo du darauf gut schreiben kannst. Ja. Du bestimmst irgendwo die Stimmung und ich bestimme, was gesagt wird. Und worum es geht. Ja. Safe. Ja, deswegen, aber ich habe das genauso auf jeden Fall bei Instrumentals, dass ich mir denke, Alter, das löst gerade die Feelings aus. Und safe wird es den Leuten da genauso geben. Also seid ihr sicher, das auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, man, okay. Letzter Song ist mit der Zeit. Outro, das war der Song, den du Lo-Fi genannt hattest. Mhm. Das war, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Ich habe auch mal so ein, zwei Streams bei Twitch gemacht. Ja. Wo ich so Beats gemacht habe. Ja. Und da hast du den das erste Mal gehört, glaube ich. Echt? Ja. Und dann hast du gesagt. Ich kann es nicht mehr zuordnen. Oder ich habe dich gefragt, ob ich dir den schicken soll. Stimmt. Hä? Habe ich komplett vergessen. Komplett vergessen. Krass. Ja, Mann. Dann habe ich den, ja, im Stream, glaube ich, sogar noch fertig gemacht. Oder so halb. Crazy. Also das B-Part vom Beatflop, den habe ich dann danach, einen Tag später gemacht. Aber so im Stream einfach war das. Voll cool. Ja. Es war irgendwie so, ich dachte mir so, der lässt das Ganze gut ausklingen. Und der hat so, ich will noch so ein atmosphärisches Ende schaffen. Ich weiß, das ist jetzt kein Song, den man so loopt und den, wo man sagt, das ist übrigens der Orbum oder so. Halt gar nicht. Aber muss ja auch nicht. Ja, ich fand den sehr kurz. Also ich zoome halt dann lieber raus und gucke mir das komplette Ding an. Weil zum Beispiel Interlude kannst du ja auch, das kannst du ja schon geben, so auf Loop. Aber es ist halt sehr kurz. Es soll ja auch gar nicht irgendwie so auf Hit sein, mäßig. Sondern einfach das Ding einleiten und einfach ein Gefühl rüberbringen. Ich bin ja auch, ich bin ja auch einfach ein Fan von EPs und Alpen. Also ich mag es nicht, Playlists zu hören oder einzelne Songs. Ich liebe das einfach, wenn es ein rundes Konzept gibt und das gut abgeschlossen wird, das gut einleitet. Das fühle ich einfach und das wollte ich einfach auch machen. Und ja, ich hoffe, wir haben es geschafft. Aber ich denke, durch den Lichthalter am Ende wird es sehr cool abgeschlossen. Ja, aber keiner hat das Licht angemacht. Das ist das Problem. Es war eine ganze Zeit dunkel. Nee. Hell. Nee. Also das Licht wurde angeschaltet, wenn man auf Play drückt. Dann wurde es bei Loner nochmal ausgemacht. Ja, keine Ahnung, Digga. Auf jeden Fall. Es wurde auf jeden Fall ausgemacht. Ich glaube, du hattest die Idee mit dem Lichtschalter, ne? Ja, ich glaube. Ja, sehr gute Idee. Anstatt man, dass es ausfadet, einfach so ein K zum Schluss. Geil. Fand ich richtig cool. Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe mir sogar irgendwas dabei gedacht. Aber ich weiß nicht mehr was. Ich glaube, weil du, ich so im Kopf hatte, weil du Flugmodus. Und dann hatte ich so die ganze Zeit so bildlich im Kopf, wie du so im Zimmer sitzt und schreibst. Und dann mit dem Outro bist du fertig und gehst einfach ums Zimmer raus und ja, fertig. Oh, aber was mir gerade noch eingefallen ist, ein Detail ist noch in dem Instrumental. Da hast du ja so ein Stimmen-Sample benutzt. Relativ gegen Ende hört man so Stimmen, so ein Gesang mäßig. Und ich glaube, es war so, das hast du auch im eigentlichen Intro benutzt, was wir dann nie benutzt haben. Ja, stimmt. Meta-Ebenen. Ja. Das wäre jetzt voll das cooles Easter Egg gewesen. Also es hätte quasi genauso aufgehört. Ja. Also das Outro, wie das Intro anfängt, glaube ich. Irgendwie so war das, ne? Aber das Intro habe ich dann nicht benutzt. Ja, egal. Nee, egal. Ich fand es auch nicht so gut. Aber wäre ein cooles Easter Egg gewesen, ja. Ja. Ja, Mann. Ja, cool. Ey, ich bin nach wie vor, ne? Ich bin stolz auf. Aber jetzt sammle ich erstmal neue Energie und ich denke, du auch. Ja, ich bin jetzt auch, wie gesagt, gerade aus dem Urlaub gekommen. Hier im, also im Studio sieht es aus wie, will ich nicht sagen. Ja, im Sommer Musik macht es eh immer doppelt so schwer, weil ich bin gerade auch in der Aufnahme gerade. Ich bin voll am Sweaten. Das ist schon 32 Mal. Also what the fuck, man. Hab ich dir ja auch gesagt, ich bin auch mehr so ein Herbst-Winter-Typ. Ja, ich bin, ich mag den Sommer, aber für Content produzieren ist es immer sehr schwierig. Ich liebe, also ich liebe Sommer, aber so was Musik machen angeht, bin ich eher so Herbst-Winter. Da kommt irgendwie immer. Herbst ist am besten, aber November ist Arsch, aber Herbst ist am besten. Find ich auch durch. Ja. Ich würde noch, ich weiß nicht, ob ich es mache, aber irgendwie würde ich gerne noch ein, zwei Beats so kurz anteasern, die wir nicht benutzt haben. Ich finde zum Beispiel diesen Donkey Kong Country Tropical Freestyle gut, aber vielleicht benutze ich den auch irgendwann. Boah, da haben wir jetzt sogar einen halben Song fertig gemacht und der Beat ist halt echt cool und das Sample ist auch richtig cool. Wird es jetzt anteasern? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich mache es ganz kurz. Ich mache jetzt ganz kurzer Ausschnitt. Mach drei Sekunden. Okay. Okay, fertig. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, da kommt noch einiges. Irgendwie so nach der EP, ich bin so ein, es liegt jetzt nicht an der EP, aber ich bin gerade in so einem richtigen kreativen Loch. Ich weiß gerade gar nicht, wohin. Ich habe ewig nichts aufgenommen, muss ich sagen. Ich bin auch so ein bisschen zurzeit psychisch sehr low, muss ich gestehen. Aber ich merke, dass der Aufwärtstrend wieder vor der Tür steht. Also ja, Leute, ich muss mich erst mal sammeln. Und es ist mittlerweile einfach so auf Spotify, es ist einfach so Fließband Musik sehr viel. Du musst so jeden Monat droppen, damit der Algo getriggert wird und so. Aber ich fühle den Film leider nicht. Und deswegen kommt halt einfach was, wenn es fertig ist. Mach einfach, wenn du dich gut fühlst. Ich glaube, da kommt auch das Beste dabei raus. Ist so. Auf Krampf wird es einfach bei Musik nicht gut. Ja. Aber jetzt zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, in zwei Stunden kommt ein neuer Song mit 4Cuts. Der ist auf jeden Fall sehr fett. Ich hoffe, dass dir genug Aufmerksamkeit bekommen. Weil ich finde den wirklich, wirklich sehr gut gemacht. Und mit einer meiner Fave-Songs. Ja. Genau. Leute, wenn ihr den Podcast hört, checkt den neuen Song aus. Wahrscheinlich habt ihr das eh gemacht, wenn ihr den Podcast bis hierhin gehört habt. What the fuck. So. Aber, ja. Hast du ansonsten noch etwas, was du den Leuten sagen willst? Oder was du jetzt in Zukunft vorhast? Oder was gerade ansteht? Oder irgendwas? Ja, boah. Ich räume auf jeden Fall erst mal mein Studio auf. Haha, cool. Dass ich mich hier wieder wohlfühle, wieder alles einrichte und so. Ja, und dann slide ich wieder ganz entspannt rein. Guck mal, was ich so machen kann. Arbeite gerade auch mit ein paar anderen Leuten zusammen. Da droppen auch ein paar Sachen. Geil. Ja, und ansonsten einfach entspannt machen. Sehr cool. Nicht zu ernst nehmen, alles. Ja, gute Einstellung. Gute Einstellung. Der Spaß steht an erster Stelle. Und wenn man es zu ernst nimmt, dann geht der Spaß verloren. Und, ja, dann klingt es auch nicht gut. Ja, geile Einstellung. Ja, Mann. Ansonsten, Leute, wenn ihr bis hierhin gehört habt, wir machen jetzt einfach die Taktik. Ich klaue die jetzt einfach von David. Sag mal ein Emoji, den die Leute reinschreiben sollen, wenn die bis hierhin gehört haben. Ich? Ja. Äh, boah. Weil heute so gutes Wetter war, eine Sonne. Ja, eine Sonne. Okay, Sonne ist geil. Sonne ist geil. Leute, macht ein Sonnen-Emoji, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Big Shoutout und dicken Kuss an alle, die sich das bis jetzt wirklich gegeben haben. Ich küsse euer Herz. Ich auch. Auf jeden Fall. Und Shoutout an den Bray. Wirklich, checkt ihn unbedingt aus. Er ist wirklich ein, ich muss es auch mal bezogen, ist wirklich einer der talentiertesten und viel zu underrateden Produzenten, so, die ich kenne, im deutschen Raum auf jeden Fall. Ja, Shoutout. Na, Real Talk, ey. Real Talk. Dankeschön. Ja, cool, dass du dabei warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht am Lagerfeuer und ich hoffe, dass es sehr warm war. Schön warm. Ja, also ich schwitze auf jeden Fall. Voll, Alter. Ja, cool. Ja, Mann. Dann würde ich sagen, Leute, hab euch lieb und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.